There's no need even to have a college degree, at all. Pippi, ich glaube, du kannst wirklich alles. Ach wo? Wie machst du das nur? Das ist eben der Unterschied. Andere können nur mit, ich kann es auch ohne. Ich fühle mich manchmal so, als ob meine Ausbildung, quasi Schule und Uni, total sinnlos waren. Vom Unterricht ist es selbst natürlich nicht distanziert. Oh, schade. Wo sind wir denn dran? Aha, heute haben wir die Dampfmaschine. Wat is ein Dampfmaschine? Wat ne Kolben is, dat kann man nicht explizieren. Das steht im Buch. Es steht überhaupt alles im Buch, was ich sage. Bloß nicht so schön. Wah, was habt ihr für eine fiese Charakter. Ich brauche davon nichts mehr, habe ich das Gefühl. Wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben. Naja, schön wär's. Du spinnst, oder? Man fasst es nicht. Und ich frage mich, ob das nicht wirklich eine Zeitverschwendung war. Nicht, dass ich sonst nicht auch Zeitverschwendung würde, aber wenigstens macht mir das andere Spaß. Das ist eine Waste von Zeit. Das ist nur eine Waste von Zeit, wenn du nicht Spaß hast. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017